Hallo zusammen, Izzocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Befehlskette einzunehmen bei Cultivate to the Svabre in der Weißkrone auf dem Luftschiff Orgrim Summer, die patrouilliert hier so im Kreis. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Ich bin aber davon überzeugt, das Video wird euch auch in VOTLK Classic helfen. Ich zeige euch wo die Mobs sind, wie man zu ihnen hinkommt, wobei fliegen, einfacher geht's nicht, aber eventuell hilft das dem einen oder anderen. So, wir müssen vier Mobs töten. Ich glaube wir fangen mit Aufseher Fedris an. Der ist hier, ein bisschen versteckt unter den ganzen anderen Mobs. Kommt zu erkennen und ich habe ihn mit einem Schlag getötet. Ihr müsst ihn normal bekämpfen, keine Elite an dieser Position. Weiter geht's. Als nächstes steht auf dem Plan Aufseher Jequon. Ist es ein Chinese oder Asiater allgemein? Jequon oder Franzose? Franzose könnte auch sein. Hm, er müsste da irgendwo sein und zwar hier. Falls euch die Mob töten, müsst ihr irgendwo landen, wo keine Mobs sind und sich halt nacheinander bekämpfen, so dass ihr gegen ihn freie Bahn habt. An dieser Position. So, töten. Auch keine Elite-Mob. Nun geht's zum Verwatsch, soweit ich weiß. Der ist an dieser Position. Wieder haufeinander, wenn Mobs auf dem Weg dahin. Mache jetzt aber nicht die extra Map auf. War ja gleich daneben. Und jetzt fehlt noch ein Mob. Der ist dahinten. Natürlich zeige ich euch den auch noch. So. Hier kann man gut landen. Und mal schauen. Hier ist der Aufseher Safferin. Also an dieser Position. Hauen. Töten. West ist bereit zur Abgabe. Der Weg zum Abgabe-MPC ist jetzt ein bisschen weit, deshalb mache ich eine kurze Unterbrechung. Sobald ich in der Nähe bin, melde ich mich wieder bei euch. Bis gleich. Gleich bin ich auch schon da. Ihr seht, auf der Map wird ein festes Fahrgezeichner angezeigt. Aber das stimmt nicht. Man muss auf dieses Luftschiff. Was ist euch? West ist abzugeben bei Cultiva Todesweber. In der Weißkrone. Auf dem Luftschiff Orgwim Summer. Die hier ungefähr patholiert. In diesem Gebiet. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao.